Wir sind heute hier, weil wir solidarisch sind, weil wir den Stimmen derjenigen Palästinenser und Palästinenserinnen Gehör verschaffen wollen, die Apartheid in Israel tagtäglich erfahren. Sie appellieren an uns, nun zuhandeln, denn auch wir wissen nur so gut, dass unsere Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser und Palästinenserinnen unvollständig ist. Freiheit für Palästinen! Für unsere Gegendemonstrantinnen sind diese legitimen Forderungen im Hirn auch Antisemitismus. Es ist Antisemitismus, festzuhalten, dass im vergangenen Sommer die israelische Armee und Regierung über 2000 palästinensche Menschen, zum Großteil Zivilisten und Kinder, durch Bomben und Angriffe getötet hat. Wieso erklärt HC Strache die Unterstützung Israels zur Parteidoktrin? Israel ist für die rechten und rechtsextremen Parteien in Europa ein Modellstaat, der es versteht, in der permanenten Krise jegliches Aufbegehren mit speziellen Methoden zu bekämpfen. Israel will die palästinensische Bevölkerung loswerden und sie vertreiben, deshalb macht sie ihnen das Leben zur Hölle. Seit fast sechs Jahrzehnten wird das palästinensische Volk vertrieben, unterdrückt und gepeinigt. 700.000 wurden in 1948 vertrieben, 300.000 mehr in 1967. Tausende inhaftiert, inklusive Kinder und abermals Tausende durch Zivilenmassaker und Militäroperationen getötet und trotzdem wächst der Widerstand. Denn Unrecht bringt Widerstand. Was Israel in 70 Jahren nicht geschafft hat und auch in 200 Jahren nicht schaffen wird, sie können uns nicht unsere Kurde nehmen. 3-3-Balastine! 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 6-4-3-Balastine! Boykott Israel!